Wie kann ich mit einem Smartphone am besten Videos drehen? Also ich habe im Journalismus quasi alles gemacht. Ich habe bei der Zeitung angefangen, war dann bei der Zeitschrift, habe Hörfunk gemacht, Fernsehen gemacht, im Fernsehen mit verschiedenstem Equipment gearbeitet, von ganz großen Kameras bis ganz kleinen Kameras. Und was mich immer fasziniert hat, war wirklich mit welchen Tools kann ich die Geschichte am besten erzählen. Storytelling, Texten für Hörfunktexten, für Fernsehen, Mobile Reporting, Crossmedia Storytelling, digitale Storytelling, also alles rund um Geschichten erzählen und wie erzähle ich die Geschichte mit welchen Tools am besten. Und wann sehen wir uns hier in Wien?